Musik Im Osten des schönen hessischen Hügellandes liegt unser Heimatkreis Hersfeld. Mittelpunkt des Kreises mit seinen 81 Gemeinden, in denen 80.000 Menschen wohnen, ist die Kreisstadt Bad Hersfeld. Manches ist uns lieb und vertraut geworden. Wir sehen das Denkmal von Erzbischof Lullus von Mainz vor uns. Musik Nicht nur durch seine Stiftsruine ist Herbert Welt bekannt geworden. Alljährlich gibt es hier die Festspiele, bei denen bis jetzt weit über 300.000 Besucher zu Gast waren. Ein herrlicher Wolkenhimmel wölbt sich an schönen Tagen über dem Tal der Fulda und dem Mittelpunkt unseres Kreises. Mancherlei alte Schönheiten prägen das Gesicht dieser Stadt. Die Fachwerkhäuser der alten Baumeister sind im wahrsten Sinne des Wortes Denkmäler niederhessischer Baukunst. Die Vergangenheit erinnert uns mancher stille Winkel. Daneben tummeln sich die Kinder auf neuen Spielplätzen. Lernt unsere Jugend in der alten Klosterschule im kreiseigenen Gymnasium. Und dann gehen die Kinder auf neuen Scottung. Untertitelung des ZDF, 2020